Hallo und herzlich willkommen damit zur Kenia Gothic 4. Ich habe jetzt gerade noch das Intro gesehen von dem Spiel selber. Und als nächstes folgt erstmal der Ladebildschirm. Hier sieht man nämlich die Kristallspinnen, die wir erst letztens kennengelernt haben. Vorher konnte man sie ja noch nicht antreffen. Und wo waren wir jetzt eigentlich bei? Genau, wir mussten jetzt diese Stadt freien von diesen Gegnern, die da halt waren. So, wir sind in der Stadt. Den besten Hammer der Welt. Okay, es gab noch einen weiteren Hammer, aber da hat ja keiner einen Plan, jetzt wo der hin ist. Dieser heilige oder göttliche Hammer, oder wie der hieß. Deshalb egal. Genau, ich konnte hier nur mit der Fähigkeit rennen. Und ich sollte hier das hier halt alles befreien. Und da hinten sind Leute. Seid ihr Untote? Ich glaube ihr seid die Untoten, oder? Die ich töten muss. Okay, jetzt allererst ist diesen Bogenschützen da. Ich gebe mir nämlich so ein kleines bisschen auf die A, ja? So. Okay, drei jetzt mal. So. Ich mache das mal ein bisschen mehr mit Magie-Cords. Und noch einmal draufbauen, da solltet ihr jetzt gleich tot sein. Genau. Und... Dieser gefangene... Gefallene Soldat, der als nächstes ist. Und... Ah, scheiße, von hinten. Kacke. So. Oh, okay. Jetzt habe ich euch aufgepasst. Ich war nur noch konzentriert, meine Fähigkeit zu machen. Also, meine... Mein Kombi. Genau, die hier. So, jetzt nur noch du. Okay. Dann habe ich euch alle. Und... Komm schon. Okay, ich habe euch alle. Was hat ihr denn jetzt für Sachen dabei? Ihr selber habt gar nichts dabei. Verarschen. Das sind einfach nur gute Gegner, die nichts dabei haben. Sehr, sehr super nett von euch. So. Ah, der hat jetzt was dabei, aber... Ich habe so schnell E gedrückt. Das habe ich jetzt nicht gesehen. So, ich muss halt alles befreien. Und hier ist anscheinend noch ein weiterer Rotherpunkt. So. Hallo. Gefallener Militionär. Oh, okay. So. Oh, auf Seite. Okay, gut. Das ging jetzt relativ leicht. Komm, gib mir deine Sachen. Okay, mehr hast du nicht dabei. Das war jetzt das erste Haus. Das ist ein relativ kleines Dorf hier. Ähm... Hier in diesem Haus sollte auch nichts mehr zu finden sein. Außer Truhen, die ich alle öffnen kann. Kurzes Messer. Bett. Nein, nicht ins Bett. Besen. Krass, ich habe jetzt ein Besen aufgehoben. Ich... Hier lag hier gerade noch. Grillte Händschenschenkel, den will ich haben. Okay, jetzt lasse ich jetzt mal liegen. So, spring mal hier drüber. Was ist das denn? Kronenstöckel, Kronenstöckel. Schöner Name für Pflanzen. Schöner Name für hessische Pflanzen. Mohaha. So. Ähm, was haben wir jetzt heute vor? Mal gucken, wie weit wir kommen. So direkt kann ich das noch nicht sagen. Aber da hinten wird mir was markiert. Das sind wahrscheinlich die ganzen, die ich noch töten muss. Okay, lol. Ne, was wird mir denn da hinten markiert? Sind das die aus dem Dorf? Und ich töte hier gerade zu viele da. Also Leute, unnötig. Also ich kann nie irgendwas unnötig machen. Das bringt mir ja eh was. Oh, da muss ich aufpassen. Okay. Ha, ha, ha. Ich war zuerst. So, hab ich dich jetzt sofort. Okay. Gib mir noch kurz deine Sachen. Da bin ich jetzt auch wieder weg. Du dann auch, bitte. Also ich denke, hier drin wird nichts mehr sein. Ah doch, war doch noch ein Gegner. So. Okay, der war jetzt relativ leicht down. Was ist denn hier noch drinnen? Ja, nichts Besonderes hier oben. Hier oben ist auch noch ein Gegner. Warum sind da so viele Gegner hier oben drin? Komm schon. Ernst. Wie schon, du kriegst den Schild gezogen. Ehrlich. Du schießt gerade vor einem Moment. So. Okay. Ähm. Hier eine Truhe, die ich wahrscheinlich eh nicht öffnen kann. Aber hier habe ich noch Käse. Und hier ist noch ein Elixier. Ein mächtiger Mannertrank. Auch schön. So, hier geht es wieder runter. Dann gehe ich jetzt mal zu den Punkten. Jetzt habe ich meinen Bogen ausgerüstet. Keine Ahnung. So. Lieber mal die Waffe erstmal wegstecken. Ähm. Wahrscheinlich doch. Die musste ich glaube ich nur töten. Also. Mach ich das dann auch mal. So. Okay, Kacke. Komm, noch einen Schlag. Dann bist du jetzt eh tot. So. Jetzt erstmal zu dem hier. Ähm. Weil ich mag keinen Bogen schützen. Vor allem wenn ich gerade im Nahkampf kämpfe. Nerven Bogen schützen nur. So. Aber ich mache jetzt mal folgendes. So. Und jetzt wieder mit Nahkampf drauf. So. Aufs Seite. Dafür stirbst du jetzt. Dein Ernst? Komm. Steck doch rein, du. So. Jetzt habe ich euch aber alle. Und danach muss ich auf jeden Fall nochmal ein Toilettenpapier nehmen. So. Okay, Kauscher. Ah, da kommt das Ende raus. Das ist auch noch ein kurzer Schwert. Es leuchtet schon so ein bisschen blau. Krass, ich bin fast tot. Okay, ich muss hier weg. Ich muss hier auf jeden Fall schnellstens weg. Mit einer neuen kann ich rennen. So, ich habe keine Ahnung wo ich hinkomme. Wenn ich oben lang laufe, solange ich gleich ein Gegner ist. Ist alles schön. Ich werde immer noch verfolgt. Jetzt werde ich nicht mehr verfolgt. Okay, sieben. Oh, dieses schöne Gefühl. Schöne Gefühl, nicht mehr zu bluten. Okay, kommst du? So. Oh, yeah. Ah, kacke. Mal gucken, was du gleich für ein Schwert hast. Aber das ist irgendwie nur kristallisiert und wahrscheinlich nicht eins der Besten. Also wahrscheinlich ist meins immer noch besser. Au, kacke. Das hat mich getroffen. Bisschen unrealistisch, weil ich eigentlich schon längst abgehauen... War... War... Was? Das kann doch nicht sein. Okay... Moment... So, darf ich den jetzt neu angreifen? Ich darf alles... Moment mal. Wenn auch die Gegner, die ich unten besiegt habe, jetzt weg. Oh, deren Ernst... Krasse Sache. So... Dann laufe ich jetzt an den anderen vorbei und kümmere mich nur um die hier. Nein... Habe ich den jetzt doch wieder angelockt? Dann mache ich das mal mit neuen... Kursen Sprint auf Seite. Ist hier der rote Punkt da, ist weg. Ist immer noch auf dem Weg zu mir. Okay, der meint mich gerade abzuschneiden. Okay. So, das sind jetzt die ganzen Gegner. So. Zack. So. Okay. Ähm... Ich gehe mal hier ein bisschen aus der Stadt raus. So, jetzt habe ich nämlich wieder Mana. Okay, genau. So, komm schon. Ich kriege dich jetzt. So. Und der letzte. Wo bist du? Du bist hier. Dich kriege ich jetzt auch down. So. Jetzt... Okay, gut. Jetzt bist du ganz down. Und... Rostiges Paladinschwert. So. Ihr habt auch noch was dabei. Auch noch ein Paladinschwert. Moment. Moment. Ich bin sofort wieder da. Moment. Ich bin sofort wieder da. Okay. So. Ja. Ja. Ich bin jetzt wieder geistig voll anwesend. Denn, äh... Ich muss gerade meine geistigen Kräfte sammeln, um diesen Gegner... Moment. Den besiege ich jetzt noch nicht. Um diesen Gegner zu besiegen. Ich will noch nicht den aus der Hütte anlocken. Weil den möchte ich alleine machen. Ach so, der Typ da ist eh für einen Kampf. Okay, komm dann. Hey du, kommst du? Überraschung. Guck mal, Feuer. Mach mal, Luki, Luki. Da war Feuer. So. Was? Nein. In dem Moment läuft er auf Seite. Du bist fies. Okay, dann übe ich mal meinen Bogen. Das ist so ganz kann ich mich auch schon lange. Und... Komm schon. Zack. Nein. Juhu. Ich hab's geschafft. So. Was hast du dabei? Okay. Ne, ich kurz... Ich nehm kurz... Ähm... Zupapier. Und überrasch dich damit Feuer. Ich schalte dann auch meinen Bogen um. Und hau dir zwei Pfeile in deinen Kopf rein. Nein, ich kann nicht unbedingt den Kopf, aber... Okay, der Bock schön. Kacke. Okay, komm schon. So. Genau. Kurz bevor er seinen Hafenschlag macht, muss man dann einfach Erdbeben machen. Dann kann er dagegen nichts. Wups. Okay. So. Jetzt mach ich mal nochmal drei. So. Okay, schnell an ihm vorbei. So. Und... Komm schon. Ist aber cool, wenn man dadurch Leben bekommt. Oh, scheiße. Kommst du? Komm, jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Nein! Der hat nur noch ein Leben. Das ist doch unmöglich, oder? Mann! Nein! Nein! So. Jetzt darf ich das Ganze noch einmal machen. Ein drittes Mal. Und ja, das mach ich schon sehr gut. Also ich bin richtig stolz auf mich, dass ich drei Versuche allein schon dafür brauche. So, ähm... Nicht so nah an diesem Paladin vorbei. Ich renne mal kurz. Ich rüste schon mal meine Flammen aus. Und zeige euch, was ich drauf habe. Batsch! Okay, mal kurz sechs drücken. Eins, zwei, drei. Batsch! Okay, das war unnötig auf den, weil der ist jetzt eh tot. Okay, jetzt muss ich mal kurz auf Seite. Ich stehe irgendwie genau in deren Angriff drin. Okay, komm. So, der ist erst jetzt tot. Also jetzt hier kurz drauf. Der soll mehr hin und her hüften. Ah, okay, okay, das war ein Treffer. So, die Typen gehen jetzt eigentlich noch. Oh, 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 oh. So, okay. Äh, sobald jetzt... Sobald ich kann. Heiltrank. Äh, nicht Heiltrank, Klopapier. Ähm. Und dann speichere ich jetzt zwischendurch auch nochmal. Und, äh, ja, ich speichere jetzt Datei Spielstand speichern. So, speichern. Ja, überschreiben. Und bedanke mich dann fürs Zuschauen und freue mich dann auf die nächste Folge. Also, bis dann, Leute. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020